Hi, mein Name ist Matthias und herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du Kommentare in Google Sheets verwendest. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreibe es doch in die Kommentare. Wie du hier siehst, befinde ich mich in unserer Beispiels-Arbeitsmappe. Du kannst diese Arbeitsmappe ebenfalls als Kopie für Übungszwecke nutzen, den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Kommentare verwenden in Google Sheets eigentlich bedeutet. Arbeitet man in einem Google Sheets-Dokument, so kann man in Echtzeit mit anderen Personen zusammenarbeiten. Das bedeutet, befinden sich zwei Personen in diesem Dokument, also in der Arbeitsmappe und eine Person macht eine Veränderung, so sieht die andere Person es direkt. Ebenfalls kann man, weil man ja zusammenarbeitet, Kommentare hier in einzelnen Feldern oder Bereichen hinterlassen, aber auch Personen erwähnen, d.h. in Zellen in Bereichen eben Aufgaben zuweisen. Die Personen, welche du erwähnst, bekommt dann eine E-Mail-Benachrichtigung. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehst du an die Stelle, wo du einen Kommentar hinterlassen möchtest, als Beispiel hier, und machst einen Rechtsklick darauf. Hier findest du nun ganz unten das Kommentar. Dies kannst du ebenfalls mit dem Kürzel strg alt und m öffnen. Klickst du nun darauf, so kannst du hier nun ein Kommentar hinterlassen, als Beispiel Hallo. Klickst du nun hier auf Kommentieren, so wird nun dieses Kommentar hier für alle Leute sichtbar. Möchtest du nun eine Antwort auf dieses Kommentar geben, beispielsweise weil dieses Kommentar von einer anderen Person ist, so klickst du einfach hier darauf und kannst nun hier eine Antwort geben. Ich schreibe hier wieder Hallo und drücke nun auf Antworten. Nun sehen wir hier den Kommentarverlauf. Möchte ich eine Person erwähnen, so klicke ich hier rein in die Antwortzeile bzw. am Anfang des Kommentars und schreibe beispielsweise Ed und im Anschluss den Namen oder die E-Mail-Adresse der Person. Klicke ich nun auf die E-Mail-Adresse, so sehen wir hier, dass nun Ed Matthias erklärt steht. Nun kann ich hier eine Aufgabe zuweisen bzw. auf seinen Kommentar antworten. Wie vorhin erwähnt, bekommt diese erwähnte Person eine Benachrichtigung per E-Mail dazu. Klickst du nun hier auf Antworten, so wurde dies hier eingefügt. Zeitgleich kannst du ein Kommentar, wenn beispielsweise die Aufgabe erledigt worden ist, abhaken als erledigt und dies kannst du hier oben mit diesem Haken machen. Das heißt, du kennzeichnest dieses Kommentar bzw. diese Diskussion als geklärt. Nun ist dieses Kommentar hier nicht mehr zu sehen. Du findest es allerdings hier rechts oben in diesem Kommentar-Symbol, in dem du darauf klickst und nun siehst du hier alle Kommentare, welche hier in diesem Dokument erstellt worden sind und auch noch aktiv sind. Das heißt, hier wird gefiltert einerseits in den bestehenden, aber auch in den geklärten. Zeitgleich kannst du hier auf für mich klicken und nun siehst du alle Kommentare, wo du erwähnt worden bist oder welche du gemacht hast. Möchtest du nun ein Kommentar nicht nur ausblenden, sondern auch löschen, das heißt unwiederbringbar löschen, so klickst du einfach hier darauf, gehst auf deinen Kommentar, klickst auf die drei Punkte und kannst nun hier auf löschen klicken. Ebenfalls kannst du im selben Menü das Kommentar noch einmal bearbeiten. Löscht du das Ganze nun, so musst du das Ganze noch einmal bestätigen, mit einem Klick auf löschen und es wurde entfernt. Zusammengefasst bietet die Kommentarfunktion eine tolle Möglichkeit, mit anderen Menschen, welche in dieser Arbeitsmappe interagieren, zu führen. Das heißt, du kannst Aufgaben zuweisen, Diskussionen führen oder auch einfach nur Anmerkungen für dich selber erstellen. Zum Schluss dieses Videos noch ein kleiner Hinweis meinerseits und zwar möchtest du mich, meinen Kanal und mein Projekt unterstützen, so kannst du dies mit der Kanalmitgliedschaft machen. Gegen eine kleine monatliche Gebühr erhältst du Zugriff auf exklusive Videos und deine Videovorschläge werden priorisiert behandelt. Ich sage an dieser Stelle jetzt schon mal Dankeschön und danke dafür. Abonniere ich diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ich freue mich auf dich, dein Matthias.